Liebe Europäerinnen und Europäer, trotz Corona-Krise feiern wir heute unseren Europatag. Er ist unser zweiter Nationalfeiertag. Österreich und Europa gehören zusammen. Wir stehen vor großen Herausforderungen, dem Coronavirus, dem Klimawandel, der Digitalisierung. Wir können diese nur gemeinsam bewältigen, im Miteinander. Macht mit, beteiligt euch an der Debatte über die Zukunft Europa. Denn wir sind Europa.